Leute und Seatze, hier kommt's noch ein paar von Smart. Ähm, aber es hat uns so, äh, ich hab gerade wieder voll Bock drauf, haha. Der Kölnernoss ist ein, äh, der, der, Kukulke, äh, Kukulken, 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 ich kenn den Namen, kann ich auch sprechen, sonst reicht das. Ähm, der ist, der hat keine Ahnung, was er tut, hat gerade, äh, Kölnernoss für den Jungle gepickt, nachdem ihm jeder, jeder angeschaut hat, hat er Kukulken gespielt, was irgendwie auch nicht gerade gut ist, also, ich kann nicht, ich kann nicht viel vom Jungle erwarten, vielleicht ist er gut, ich hab keine Ahnung. Äh, ich bin Anno, weil, äh, irgendwie der Apollo instant ADC geschrieben hat und ich wollte eigentlich Anno spielen, aber das ist schön, weil Anno habe ich gerade gar keinen Bock drauf, ich hab zwei Runden, wo ich total scheiße mit Anno stehe, die ich auch schon aufgeregt habe, aber ich möchte die nicht hochladen, weil die halt so scheiße sind. Ähm, und deswegen hab ich jetzt einfach schon mal das nächste, also, was du siehst, was kommen würde, Anno, das haben wir schon mal gepickt. Ich mach gegen Nuva ran, äh, gegen unser Jungle ist Morrigan, also, das hab ich wirklich gerne, Morrigan Jungle, äh, das mag ich, ich fühl mich für Morrigan, äh, schön, oder ich hab, es ist Morrigan, also, äh, entweder spiel ich gegen Morrigan, äh, wenn du das sehen. Und, äh, 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 äh. Äh, du sollst, äh, 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 äh. Oder? Ja, ja, ja. Soo, Anubes, der einfachste Gott im Spiel. Der, der, dem man auch, der erstmal mit Kopf Нуzeichen, den weil es gleich. Ahaa. Oh, da kommt wieder 지are. Äh, da ist schon die Goldfeil runter ancestry, hab ich gesehen, äh, 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 äh. ạ. Irgendwie Ma. Aber ... Das ist interessant. Seit wann ist das denn so? Wie hat das bitte eingeführt? Das ist komplett nervig. Können wir nicht einfach irgendwo bleiben. Ich freu mich so auf Season 5. Wir tun einiges besser. Ja, ja. Zack. Ich mach nicht viel Schaden. Haha. Au. Einen besseren Push. So. Ehm. Ehm. Gut. Gut. Okay. Gut. Die können auch unten angehen. Ähm. Ich hab noch hier. Ich muss gucken, ob es irgendwo steht. Ja. Wo ist die? Sie sieht ja gar nicht hin. Leute. Warte. Ich mag das. Ich bin jetzt schon wieder alleine. Mit dem Jungler ist es um einiges besser. Ähm. Die sind schon halb vier. Wunderbar. Schön. Komm her. Ja. Ja. Ich hab nicht lieb. Ist das die wieder der... Kann der bitte irgendwer erklären, was für einen Sinn das macht? Jetzt kommt ja kein Mana mehr. Ja. Man muss nicht alles... Nein. Könnt ihr bitte aufhören? Okay. Könnt... Retreat! 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 Also... Halt die Fresse. Ich hab keine Ahnung. Das nervt mich. Kann das bitte nie wieder irgendjemand machen? Kann das bitte nie wieder irgendjemand machen? Schön für dich. So, du bist irgendwie dood. Lass mich. Oh, mein Gott. Das ist so. Sack. So, ich geh nochmal back. Mit dem Ulti. Und nicht genug Geld. Woho. Leute. Könnt ihr... Könnt ihr bitte irgendwer auf das Team aufpassen? Wieso ist der jetzt schon in der Mitte? Können wir zum... Es nervt komplett. Wer hat das bitte eingeführt? Welcher Pro hat gedacht, das wäre gut? Also, mich nervt es. Ich hasse es, wenn sich irgendwas durchgehend verändert. Wie wer in der Mitte stand. Das ist so dumm. Ja, dankeschön. Dankeschön fürs Skates geben. Dass du alleine da reingehst. Was machen die denn? Oder auch nicht. Lass mich. Ja, ist mir klar. Wie du leckst es jetzt auch noch. Kann das bitte nicht lecken. Ich... So weißt du... Ich hätte mich alleine lassen würde. Und mich einfach farmen lassen würde. Da geht der Sinn... Einfach von der... Von der Mitte hin einfach weg. Es... Es... Es bringt auch nichts, wenn man dann nicht alleine ist. Es ist doch eigentlich, dass man einen Mage hat, der viel... Äh... Der... Der... Der hochgelevetet ist. Ja, ich seh schon. Ähm... Na, ist mir egal. Ähm... Kann ich bitte farmen? Es ist... Es ist... Es ist total nervig. So, jetzt kannst du bitte alleine mich entladen. Ich hätte es sehr gerne für das tun. Wenn ich etwas treffen würde, dann würde ich... Bevor die irgendwie viel... Ähm... Bevor die irgendwie... Schnell stört. Lass doch! Oh, jetzt sind alle da und... Ach, das ist mir jetzt so scheiße gelass. Lass mich am farmen. Lass mich farmen. So... Also... Ich... Ich hoffe mal, dass es niemand... Irgendwie... Dass es... Niemand das nochmal macht. Und sie wird mich nicht weggehen lassen. Hab ich mir gedacht. Und hi an dich. Und... Oh, ja, ja, Leute. Geht weg. Retreat. 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 So... Schön, dass das so bad ist. Wo... Wo ist denn gestorben? Ist er alleine gegen irgendjemand gegangen? Ist er alleine gegen irgendjemand gegangen? Wett einen kill. Scheinbar... Also... Da... Wahrscheinlich ist er alleine... Ich sei da gegen... Wie war das hier geklärt? Wie ist passiert? Mh... 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 Also... Ich hab voll Bock auf die neue Map. Da... Der Arzt dir gefällt mir. Ich kriege den eigentlichen... Ja. Ja. Wir sind jetzt hinterher. Vaher. Einen. Fertigant. Jee. Nao. Naja. Ja. Ich hätte das decken sollen, das ist halt egal. Ich hab da auf keinen Bauch. Die Art ich... also... Das bringt... also das ist doch total die... die Advantage weg, wenn man als Mitteländer... Lass mal einfach, lass mal einfach... Was ist das? Hi und ich. Zack. Oh fuck, wieso sind die Anzeiten direkt da? Wieso haben die... wieso haben die zwei Tanks? Oh scheiße. Weil mehr scheint als erwartet. Retreat! Ohoho. Oh, der Öde ist nicht rumgekommen. Find ich gut. Also Öde habe ich wieder. Also kurze Erklärung, die 1 ist halt dieses... wie heißt das? Ähm... Kegelförmiger. Das... das macht den Betrieb für Schaden. Das ist halt sozusagen die Pestilenz, was auch immer. Das macht halt Schaden. In der Kegelförmiger in... in der Kegelfom. Oh Scheiße. Ähhh... wo hast du die hier hin? Die war doch hier irgendwo. also hat das hier im skin drin da sieht man das hat nicht so aber das macht halt um ein ganz schon viel schaden sagen wir es wenn es weiß ist dann der nach vorne geht und die erstens trifft ist das geht durch minions durch also wir uns können nicht gestand werden die gegner und die drei ist das feld auf dem boden was sie gerade eben gesehen habt das ist laut die gegner macht macht ganz schön viel schaden auf die weg gehen möchte nicht naja genau das was für mein passiver achte leiste also ich bekomme jetzt halt immer mal eine leiste wenn alle meine abilities aktiviert sind oh durch die schubbitter uns kurz ich hab dich gehört na ist das 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 Oh, 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 oh! Das war jetzt... Nicht gerade hilfreist? Schön, dass das jetzt kommt. Nützlich, das hab ich... wow. Okay. Das ist halt eher spaßig. Ah, er hat geurte, oder? Ja, da ist er. Wow, das waren gerade... Du hast doch gestorben? Oh, hier ist gestorben. Ich mag die eh nicht. Letztendlich bin ich erst mal verkackt. Tu es. Ein bisschen Royce rollen. Und da ist der Torch. Das ist auch gleich. Ich habe recht. Oh, f***. Okay. Okay, dann soll ich mal bekehren. Wir sind zurück. Ähm, be careful. Also die, die, ähm, die Morrigan kann noch kommen und so, da würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Würde ich denken. Wenn ihr euch tot seht, ihr habt's falsch, äh, ich hab's euch gesagt, das wird passieren. Oh, 3-2-1? Nicht irgendwas. Oder ist die Arteo? Ach, die Arteo ist gerade ganz schön da. Ja, die Morrigan. Also ich habe gehört, die, die existiert. Hm. Ach ne. Tschüss an dich. Hm. Ach ne. Tschüss an dich. Ich bin voll nützlich. Das war knapp. Ähm, Belohner. Be, bewegt dich. Hat die, ist die Belohner irgendwie ausgerostet? Oder wieso steht jetzt einfach nur in der Base? Wartet sie auf, hat AC-T-Pos? Warte nicht, was wartet die Belohner? Ähm. Äh, was macht ihr denn vorne? Oh. Da ist ja jemand. Okay, das hat dann, das, das war richtig dumm. Okay, ich hätte... Weg, geh weg, Fock. Ich glaube, ich hätte... Oh. Ich dachte, wer hat denn Attack gesagt? Hä? Ich dachte, wieso... Oh. 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 I am this. Naruta. Geh weg von mir. Wo ist die? Ist hier irgendwo. Und Mana wäre mir auch irgendwie lieb. Ich dachte schon. Ich dachte schon. You're right back. Be careful, out of mana. Ohohohoho. Ich habe Retreat gesagt. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Nein, so gar nicht. Oh ja, das ist... Das ist ein Stun. Ich kann auch mal mit rein. So. So. Ich werde jetzt nur cheaten. Aber ich kann Bock mehr. Wieso leckt das denn gerade? So, kann ich mal bitte aufhören? Sind das zu viele Effekte? 10 was tust dran das kann ich jetzt noch kaufen bitte da und und dann also ach egal Meine Ulti hab die glaube ich schon öfters mal gesehen das ist halt dieser mein Augenbeam blablabla eh ist halt ein Streit nach vorne der der übertrieben vor Schaden Also unnormal viel Schaden. Später ist es egal. Gerade ist es noch Karpix. Okay, aber... Go away, Bots. Go away. Okay, du bist tot. Das wäre keine gute Idee. Geh weg. Auf. Geh das nicht. Ah, die kommt erstmal weg. Richtig, hier. Was nicht aufgefallen ist, hab ich gesehen. Ah, 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 ah. Was ist denn? Da vorne! So. Ah. Die unten haben sehr viel Spaß. Und ich kann halbwegs gut pushen. Ich schieße so. Hä? Wie, wie, nein. Wie geht schon? Krass. Das ist ja... Es läuft ja wirklich perfekt. Er ist perfekt. And we're missing. Okay, ich darf mit dem noch hinter dir. Genau. Genau. Oh, wie geht's? Ich möchte nicht, dass du keine Lady kommt. Oh, das ist jetzt... Oh, scheiße. Ich mag Braumilians nicht, das hab ich euch schon mal gesagt. Also, Braumilians sind jetzt, ich hasse Braumilians. Die machen mir zu viel Schaden. Das ist nicht so... Ich mag die, aber würde ich nicht. Was haben wir denn gemacht, dass... Ach, war ein toll und seit der Stadt. Dass die Musik meint zu kommen. Irgendwie ist das... Scheiße. Ich hab's immer noch vergessen. Es nicht rauszunehmen. Die Musik nachfie ich selbst total. Das ist irgendwie viel zu aufgeregt. Aufregend. Ja, hi. Wie geht's? Ich kann voll gut treffen. So. Ich mach das nun wieder. Oder? Okay. So. Hier kann man auch noch bekommen. Das war gut getroffen. Also... Wirklich... Gut. Ähm... Komm mal irgendwie an die Hand. Okay. Irgendwie. Gut. Gut. Also... Nice. Kannst du irgendwie stunnen. Das nützlich ist gut. Und dann... Und du stirbst bitte nicht. Das wäre irgendwie sehr hilfreich. Würdest du das nicht tun. Das ist ja geläftet. Ich hab gerade nur angegriffen mit Auto-Attacks. Was ist denn geläftet? Der... Tanuva! Das musst du natürlich frei für die Gegend haben. Oh. Gut. Das war... Ich hab irgendwie nichts anderes mit Anubis erwartet. Ich war jetzt nur wirklich nicht der Beste. Ich war für dich ja nicht so ganz schön schlecht. Aber ich musste erst noch irgendwie klar kommen mit den Supports. Also das war nicht komisch. Habe ich sehr ungern. So. Knackidi-knack-knack. Okay. Gut. Damage-Zahlen möchte ich eigentlich nicht sehen. Die Gegner schon Morrigan hat mehr Schaden gemacht als ich. Obwohl sie sich immer nicht verwandelt haben. In Wahrheit würde ich ganz schön schlecht. Oder? Also... Naja. Die hätten es gewinnen. Die hätten auch nicht gewonnen würde ich denken. Ja. Ich glaube. Hätten sie weiter gespielt. Aber das haben sie nicht. Wer auch immer aufgegeben hat. Aufgeben ist immer nicht so schön. Dann würde ich sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Smash Upside. Oder in meinen anderen Space. Ich habe dann noch Tomb Raider. Das ist ganz schön spaßig. Äh. Ganz wenig Ironie da drin. Also. Nicht vergessen zu liken. Abonnieren falls ihr es noch nicht getan habt. Und einen Kommentar. Also. Wie wir uns fanden. Wahrscheinlich total schrecklich. Wie immer. Ich bin eh total schrecklich. Danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao.